Ich bring mal zurück, was ich habe. Ich bin voll. Okay, ähm, ja. Ich schaue mal. Warst du da auf der anderen Seite schon? Wo? Da hinten? Ja. Nicht auf der anderen Seite, ne? Nein, da hinten war hinten. Ich hab da irgendwas gehört gerade. Ja. Das ist immer so gefährlich. Ich hätte ihn nämlich holen können vielleicht noch, aber... Risiko. Was? Hey Microsoft! Soll ich mal einen Weg zurück machen vielleicht? Alter. Du hast gerade was gesagt. Hallo? Dude. Alles klar. No. Ich glaube das ist so ein Augelfiech. Ich habe dich nämlich gehört. Und das hat keinen Sinn. Ja. Ich habe irgendwas gehen in der Nähe vom Ausgang. Vor mir ist eine Spinne. Ich gehe mal weiter rein. Okay, vor mir ist eine Spinne. Ich gehe mal weiter rein. Ich gehe mal weiter rein. Holy fuck. Oh fuck. What the fuck? Oh fuck. Pfff. Are you okay? Are you okay? Also da ist irgendein ganz strangees Viech. Ah, gut, dass du noch lebst. Ja, ich habe jetzt gleich die Sachen zu gekauft, die meisten. Ich glaube, wie lasst es denn da? Scheiße, ich habe mich, glaube ich, gerade selbst mitgebracht. Ich bin da runtergesprungen, weil ich den Viech... ... ... ... ... weglafen bin und da ist eine Mine auf den Aufgang. Shit. Vielleicht kannst du wohl springen da? Nein, es gibt keinen anderen Weg noch. ... ... ... ... Ja. Ja, wie soll ich das machen? Hat die irgendeine Nummer oder so? Nein, das ist nur ein Unterpunkt. Da ist ein Stromkasten. Ja, du kannst doch fix da links vorbei springen. Ich glaube nicht mehr. Ok. R2. Ja, jetzt steht da R2. Gib wohl R2 ein. Im Computer. Das ist gut. Ok, scheiße. Ok, jetzt. Oh, da ist bei dir einer. Ok. Jetzt ist bitte nichts mehr. Ok. 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 Ok... Ok. Ok?